Hallo, ich freue mich sehr, dass du dich für das Thema Bilder interessierst. Heute möchte ich dir ein paar ganz einfache Tipps geben zum Thema Bildgestaltung. Also wie du dich selber im Bild positionierst oder auch deine Sujets, die du gerne aufnehmen möchtest. Warum ist das wichtig? Bildgestaltung beeinflusst sehr die Wirkung deiner Bilder und darum macht es Sinn, sich bewusst zu machen, wie positioniere ich mich im Bild oder wie positioniere ich eben das, was ich gerne zeigen möchte, möglichst ansprechen in einem Bild. Fangen wir mal an mit meiner Person. Ich habe mich hier jetzt möglichst bildfüllend positioniert, das heißt, ich fülle das Bild aus von unten bis oben und habe hier oben nur einen ganz, ganz kleinen Platz gelassen. Bei Hochformat ist es noch viel wichtiger, dass du wirklich dein Bild ausfüllst, denn das wirkliche Portraitformat, was eigentlich der Form des Portraits auch entspricht, ist eigentlich wirklich das Hochformat. Ich habe jetzt hier Querformat, weil ich die Kamera benutze, aber auch hier schaue ich, dass ich das Bild möglichst gut ausfülle. Was wäre denn, wenn du zum Beispiel dich hier positionierst, wie viele das machen oder sogar hier? Ich muss immer lachen, wenn ich solche Bilder sehe, weil für mich wirkt das immer wie so ein kleines Kind, das gerade so über die Tischkante schauen kann. Und genau das ist auch das, was passiert oder wie die Wirkung ist. Du wirkst klein und das ist ja nicht das, was du ausstrahlen möchtest gegenüber deiner Zielgruppe. Also positioniere dich schön bildfüllend im Bild und lass wirklich oben nur ganz einen kleinen Platz. Seitlich habe ich mich jetzt hier, also fast zentriert, aber ein ganz ein wenig auf der Seite positioniert und das ganz bewusst, denn ich möchte hier nachher mein Logo einblenden und wenn ich jetzt ganz in der Mitte wäre, da das Logo, da kein Logo, dann wäre da irgendwie leer und das wirkt für mich nicht harmonisch. Also lasse ich bewusst hier ein bisschen mehr Platz für mein Logo. Du kannst das auch machen, indem du da was anderes positionierst, zum Beispiel ein Symbol für deine Inhalte oder etwas, was mit dir selber zu tun hat oder auch ein dekoratives Element. Oder natürlich kannst du da auch, wenn du so eine leere Fläche hast, wie ich jetzt hier, kannst du hinterher auch einen Text einblenden oder eine Grafik, wenn du das Bild oder das Video bearbeiten möchtest. Wenn du jetzt Fotos machst von Menschen oder Tieren oder zum Beispiel von einer Gruppe, dann gilt es genau das Gleiche. Positionier dein Sujet möglichst bildfüllend. Ich weiß nicht, vielleicht hast du das schon mal gesehen, diese Fotos, wenn die ganzen Gesichter der Gruppe in der Mitte vom Bild sind, oben ist ganz viel Himmel und unten sind die Füße abgeschnitten. Das wäre jetzt der Fall, wie es nicht wirklich optimal ist, sondern wenn du dich entscheidest, ich möchte die Menschen von Kopf bis Fuß ins Bild nehmen, dann schau, dass du sie wirklich schön positionierst, dass es überall einen kleinen Rahmen hat, oben, seitlich und unten. Oder natürlich kannst du dich auch entscheiden und sagen, ich möchte diese Menschen vom Kopf bis zur Talie zum Beispiel ins Bild nehmen und dann schaust du, wie du sie so entsprechend bildfüllend möglichst im Bild positionierst. Genau. So zeigst du immer das, worauf es wirklich ankommt, möglichst präsent. Und wenn du natürlich einen wichtigen Hintergrund hast, wie zum Beispiel eine schöne Landschaft oder einen Sonnenuntergang, dann ist es wieder was anderes. Dann macht es Sinn, vielleicht obendran viel Platz zu lassen, damit ich die Berge noch sehe oder eben den Sonnenuntergang oder was auch immer noch wichtig ist vom Bild. Das war es soweit. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Vielen Dank.